Was ist Typhus? Typhus ist eine bakterielle Erkrankung, von der jährlich weltweit mehr als 21 Millionen Menschen betroffen sind. Obwohl in Industrieländern in der Regel nicht tödlich, ist die Sterblichkeitsrate in Ländern ohne angemessene medizinische Optionen erheblich. Das für diesen Zustand verantwortliche Bakterium Salmonella typhi wird über den fäkal-oralen Weg übertragen. Einer der größten Faktoren, der zur Ausbreitung von Typhus beiträgt, ist die unzureichende Hygiene unter den Lebensmittelhändlern. Aus diesem Grund haben viele Länder Kampagnen ins Leben gerufen, um die Lebensmittelindustrie anzuweisen, sich nach der Benutzung der sanitären Anlagen die Hände zu waschen. Es wird geschätzt, dass etwa 5% der Menschen, die an Typhus erkranken, die Übertragung fortsetzen können, nachdem sie keine Symptome mehr zeigen. Historisch gesehen ist die berühmteste Trägerin zweifellos die Typhus Mary of New York. Sie war angeblich dafür verantwortlich, die Krankheit während ihrer Zeit als Köchin an mehr als 300 Menschen weiterzugeben. Typhus kann durch den Einsatz einer Reihe von Antibiotika behandelt und verhindert werden. Bei richtiger Behandlung liegt die Sterblichkeitsrate knapp unter 1%, was diese Erkrankung zu einer geringen Bedrohung für Menschen in Entwicklungsländern macht. Die meisten Fälle der Erkrankung sind jedoch im Ausland vertraglich festgelegt, häufig in Ländern, deren medizinische Struktur nicht ausreicht, um den Zustand zu behandeln. Unbehandelt steigt die Sterblichkeitsrate auf etwa 20%. Typhus ist in den Entwicklungsländern verbreitet, insbesondere in Afrika, Asien und Lateinamerika. Reisenden, die sich an diesen Orten aufhalten, wird oft empfohlen, vor dem Besuch einen Impfstoff zu erhalten, obwohl genau zu beobachten ist, was man auf Reisen isst und trinkt. Dies ist ebenso wichtig, da der Impfstoff nicht vollständig schützt. Wasser zu kochen, Eis zu meiden, nur geschälte Früchte und Gemüse zu essen, das eigene Essen zu schälen, sich vom Straßenessen fernzuhalten und nur gekochte und noch heiße Lebensmittel zu essen, sind einige Empfehlungen, um die Wahrscheinlichkeit einer Typhus-Erkrankung zu senken in einem gefährdeten Land. Die primären Symptome von Typhus sind hohes anhaltendes Fieber, wiederkehrende Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und Schwäche. Bei einigen infizierten Personen kann auch ein fleckiger Ausschlag auftreten, der jedoch nicht zur Identifizierung herangezogen werden sollte. Aufgrund der relativ häufigen Symptome ist es normalerweise unmöglich, diesen Zustand allein durch Beobachtung zu diagnostizieren. In der Regel sind Blut- oder Stuhltests erforderlich, um das Vorhandensein von Salmonella-Typhi zu überprüfen. Nach der Diagnose wird ein Träger sofort mit Antibiotika begonnen, üblicherweise Ciprofloxazin, Trimetoprim-Sulfamatoxazol oder Ampicillin. Der Heilungsprozess verläuft ziemlich schnell, und die meisten Patienten erholen sich innerhalb weniger Tage. Diejenigen, die an Typhus erkrankt sind, können die Bakterien auch dann noch tragen, wenn sie behandelt wurden und die Symptome verschwunden sind. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Einnahme von Antibiotika fortzusetzen, auf sorgfältige Hygiene zu achten und jegliche Zubereitung oder Ausgabe von Speisen zu unterlassen. Nach einiger Zeit sollte ein Folgetest für das Vorhandensein von Salmonella-Typhi durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Bakterien vollständig aus dem Körper verschwunden sind.